Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Translation in der Lost Kitchen. Ich hoffe, ich werde heute nur ansatzweise an das Gericht kommen, denn hier vor mir liegt kein normales Gericht. So von wegen Schritt 1 macht das, Schritt 2 macht das, sondern Schritt 1 such dir eine Kellnerin. Schritt 2, nimm ein bisschen Dreck vom Boden, keine Ahnung. Es ist nur Wirrwarr, was da draufsteht und ich muss herausfinden, was das vielleicht bedeuten kann. Und beziehungsweise, wenn ich es nicht herausfinde, irgendetwas ansatzweise Leckeres machen. Und darunter, tadaa, sind alle Zutaten, die mir bestimmt gleich voll verraten, wenn ich es hier sehe, was es heute zu essen gibt. Nein, das war nie der Fall. Sehr viele im Chat immer so, ah, ich weiß, und ich denke mir so, ja, ich auch. Nein, wusste ich nicht. Okay, Leute, seid ihr bereit? 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 Seid ihr bereit, 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 bereit? Seid ihr bereit? Ob ihr bereit seid, will ich gar nicht wissen. Ich verkünde das Rezept. Ich habe eben noch gescherzt mit der Kellnerin, ne? Well. Google Translate kochen. Wir brauchen 2 Personen erforderlich. 2 Ölöffel Maisbutter. DP ist eine schlechte Sache. Was ist zum Teufel, Alter? 2 Scheiben Brot, eine rote Paprika, ein Lid. Den Saft von einer Zitrone hinzufügen. Tomate, 2 Esslöffel, 1 Esslöffel frischer Koriander, 15 Gramm frische Petersilie, 50 Milliliter Rotwein. Und Gesicht, Shake. Was? Reines Süßpulver, Kraftstoff. Kreuzkümmel ist eine Frucht. Kohl liegt im Boden. Es kann doch nicht sein. Was? Schauen wir uns doch mal die Schritte an, die uns verraten sollen, was das bedeutet. Die Zwiebeln abgießen und abtropfen lassen. Mit Salz bestreuen, Paprika waschen und in Würfel schneiden, Kartoffeln schälen und schneiden. Öl in einer Pfanne erhitzen, die Kartoffelscheiben dazugeben und 10 Minuten goldbraun braten und aus der Pfanne nehmen. Zwiebeln und Knoblauch in den Topf geben, rote Chilis, Tomatenpüree, Erdnüsse, Pfeffer und Kreuzkümmel hinzufügen. Den Rotwein hinzufügen, die Wurzeln dazugeben und kurz köcheln lassen. Eine halbe Orange und eine Blaubeere. Orangensaft Zwiebel, Apfel, Salz und Pfeffer hinzufügen, abdecken und 5 Minuten kochen lassen. Die Lügen schälen, trocken und entsorgen. Das Innere der Zitrone mit warmem Wasser waschen und mit der Sahne verrühren. Scheiben mit Zitrone, Salz und Pfeffer bestreuen und mit frischer Petersilie garnieren. Ich habe gar keine Ahnung. Aber hey, das ist ja gar nicht schlimm, dass wir keine Ahnung haben. Wir gucken uns einfach nur an, was da dazuge ist. Okay, wir haben auf jeden Fall ganz viel Rotwein. Schott, 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 schott. Two shots auf Rotwein. Wir haben Kartoffeln. Wir haben an Gewürzen Pfeffer, Paprika, Gemüsebrühe, Kreuzkümmel, Salz und Majoran. Wir haben Erdnussbutter, Zwiebeln, Knoblauch. Wichtig und richtig. Eine Orange, Petersilie, Paprika, Limette, Olivenöl und ganz viel Rotwein. Rotwein. Er hat mir den alkoholfreien Rotwein geschenkt. What the fuck? Also das muss ich nochmal erforschen. Also da muss ich mal gucken, ob ich da noch eine Freundschaft haben möchte. Weiß ich jetzt nicht. Hä? Ich bin, also so Kartoffeln, Zwiebeln, Paprika. Okay, no problem. So ein bisschen Petersilie, ja auch kein Ding. Aber Orange? Was zum *** soll ich mit der Orange denn machen? Und Erdnussbutter. Die Paprika muss gefüllt werden. Ich mach die auf. Dann packe ich die Orange rein. Ich hab keine Ahnung. Nicht ansatzweise. Okay, wir haben jetzt die ganzen Sachen vor uns. Diesmal wird analysiert. Wir haben zwei Personen erforderlich. Ich weiß nicht. Ich kenn das so von Ikea-Anleitungen. Wenn da so steht, nicht alleine machen. Du brauchst eine zweite Person. Ich weiß nicht, ob ich bei dem Gericht eine zweite Person brauche. Fände ich absolut unfair von Mori. Nee, fände ich nicht gerechtfertigt, wenn er das jetzt mir gegeben würde. Aber so kenne ich das von Ikea. Ich hoffe, ich brauche keine zweite Person. Zwei Östel für Maisbutter. Ja, könnte ja eigentlich ganz gut das hier sein, ne? Weil Mais könnte aussehen wie eine Erdnuss. Und Butter, Erdnussbutter, Maisbutter, das könnte das hier sein. DP ist eine schlechte Sache. Das ist eine Meinung. Das ist kein Fakt. Finde ich auch ein bisschen sehr krass. Ich weiß auch nicht, was für was DP, also für was das stehen könnte. Was sagt ihr? Für was könnte DP stehen? Was könnte DP sein? Gut, dass wir drüber geredet haben. DP ist eine schlechte Sache. Fühlt euch alle angesprochen, die die Kürzel DP haben. Ihr seid scheiße. Zwei Scheiben Brot. Ein Lied. Ich könnte euch gerne ein Lied jetzt singen, wenn ihr möchtet. Hätte ich gar keine Probleme mit. Ich könnte das ganze Rezept auch wie ein Lied vorsingen, wenn ihr wollt. Kraftstoff. Sehe ich auch ein bisschen im Rotwein. Kreuzkümmel ist eine Frucht. Das ist, glaube ich, eine Lüge. Okay, wir müssen was in der Pfanne braten. Wir haben eine Pfanne und wir haben keinen Plan. Guck mal, wir müssen erst mal überlegen, was logisch ist. Ich schaffe das. Ich bin fokussiert. Wir schneiden erst mal alles und dann weinen wir. Okay, cool. Das ist super. Wir schneiden alles fertig und dann heule ich einfach ein bisschen. Das passt schon. Das ist in Ordnung. Ich habe gar keinen Bock, diese scheiß Mini-Kartoffeln zu schneiden. Warum gibst du mir nicht noch kleinere Kartoffeln, Mori? Wirklich? Hättest du nicht noch eine Nummer kleiner nehmen können? So, damit wir vielleicht noch bis übermorgen hier stehen? Kartoffeln müssen verdichtet sein. Ich sage euch, was ich vorhabe, ja? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Okay, let's go. Ich mache jetzt Scheiben und dann brate ich die goldbraun an, wie es da drin auch steht. Brate alles an und dann hole ich die wirklich raus. Und dann mache ich so Zwiebeln, Knoblauch, brate ich an. Und dann mache ich einfach wirklich so ein bisschen Würzen, ein bisschen Sachen hinzufügen. Hier halbe Orange mit dem Rotwein und dem hier und so. Und dann köchelt das. Dann soll man das später nochmal alles hinzufügen. Bei der Paprika, ich habe keine Ahnung, du bist da. Kein Plan, was du machst. Ich weiß nicht, was deine Aufgabe ist, aber du gehörst auch irgendwie dazu. Und am Ende wird das dann nochmal mit dieser, mit Limette oder so. Pssst. Äh, Petersilie. Pssst. Und fertig. Was es am Ende wird, keine Ahnung. Let's go. Sind sehr viele Kartoffeln geworden. Die sind dann gleich fürs Anbraten dran. Jetzt machen wir noch die Paprika, die wurde schon gewaschen. Die können wir gleich hier schneiden. Wundervoll kitten. Das ist Wahnsinn. Ja, ich weiß. Dankeschön. Ein bisschen sehr viel nach Zwiebeln aus, ne? Aber passt schon. Da, 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 da. Ah! Die ganze Brünne ist voller Knoblauch. Das Knoblauch ist hier voll. Mori, ihr habt ein Problem. Der Knoblauch kann mich mal. Satisfying, Alter. Und dann pressen wir das Ding mal hier rein. Hör mal. Das funktioniert gar nicht wirklich gut. Ah! Ja. Ach, weißt du, wenn man offen für das Seltsame ist, dann widerfährt einem vielleicht ganz coole Dinge. Deswegen bin ich auch mit Mori zusammengekommen. Ich bin so glücklich. Petersilieblätter für dich und Mori. Und dann braten wir die Kartoffeln im Olivenöl an. Alles da rein. Alles da rein. So, Gemüsebrühe müssen wir auch noch machen. Plupp. So, jetzt kommen die raus. Let's go. Zwiebeln sind drin. Jetzt hau ich die Paprika dazu. Und zack. Und erst mal schön damit ablöschen. Dann hauen wir jetzt von der Erdnussbutter zwei Esslöffel rein. Nummero eins und Nummero zwei. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich hoffe einfach. Oh Gott, das sieht echt ein bisschen komisch aus, ne? Egal. Wird schon schief gehen. Wir brauchen dann nochmal 50 Milliliter. Oh mein... Oh ja. Ich hab's. Kreuzkümmel kommt da jetzt noch rein. So. Majoram rein. Bisschen Paprika. Okay, es riecht echt nicht schlecht. Der Rotwein wird hinzugefügt. Und jetzt kommen die Kartoffeln rein. Die wir vorher schön angebraten haben. Oh, ich bin so aufgeregt, dass das schmecken wird. Ah! Boah, das wird richtig gut. Wow. Boah, die Soße sieht richtig strong aus. So, dale. Jetzt kommen da Petersilie noch drauf. Jetzt kommt doch die Limette so als wundervolle Deko dahin. Tada! Es ist ein Kartoffel-Paprika-One-Pot-Gericht mit einer Rotwein-Erdnuss-Soße, I guess. Und dann... Ih! Ih, du spritzt die mal hin! Und dann probieren wir mal. Äh, Prost. Boah. Geil. Also ich hab noch nie was gegessen, was so schmeckt. Kleiner Tipp für dich zum Voraus. Wir haben das schon mal gekocht. Was? Laber nicht. Das haben wir noch nie gekocht. Laber nicht. Dann ist das ja falsch. Gulasch. Ja. Ich war mir so sicher, dass ich's diesmal getroffen habe, ne? Kartoffel-Gulasch mit Paprika. Ja, also ich bin ehrlich gesagt richtig stolz darauf, dass ich heute so nah am Rezept dran war. Muss ich echt sagen. Die Woche wird immer besser. Die Woche wird immer besser. Untertitelung des ZDF, 2020